Ja, ganz kurz, was machst du denn da? Da stöhne ich und zieh mich dabei aus. Echt? Kannst gut stöhnen? Ja. Kannst du mal kurz nachmachen? Was soll ich dir denn stöhnen? Hast du einen Wunsch? Nee, eigentlich so. Ich sag, ich stöhne das, was du mir jetzt sagst. Kannst du? Wer, wie, was? Kriegst du drin? Ja. Stöhne. Oh, wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer mich fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen. Manchmal muss man fragen, warum sie es so verstehen? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer mich fragt, bleibt dumm. Yeah, Applaus!